Kommen wir gleich mal zum Punkt. Eine Mischung aus On-Chain, aus technischen und fundamentalen Indikatoren deuten auf eine richtig große XRP-Preisrallye hin. XRP, also Ripple, konnte im vergangenen Monat erhebliche Gewinne erzielen, da die Händler weiterhin vertrauen in den möglichen Gewinn im Rechtsstreit von Ripple gegen die United States Securities and Exchange Commission, also die SEC, haben. Dadurch stieg der XRP-Preis 30 Tage, nachdem Ripple und die SEC eine sofortige Entscheidung darüber beantragt hatten, ob XRP-Verkäufe gegen US-Wertpapiergesetze verstoßen oder eben nicht. Jetzt deutet eine Flut von verschiedenen Indikatoren darauf hin, dass XRP seinen Aufwärtstrend bis 2023 sogar fortsetzen kann. Die vier wichtigsten, die schauen wir uns heute etwas näher an. Und damit herzlich willkommen, liebe Kryptoinvestoren und Blockchain-Fans. Ich bin Krypto Kalle und begrüße euch zu einem neuen Video. Bevor es losgeht, wie immer, meine große Bitte, nur ihr könnt helfen, die Community zu verstärken und zu vergrößern. Also lasst am besten jetzt ein Like da für dieses Video, schreibt einen kurzen, vielleicht sogar freundlichen Kommentar, damit auch andere Menschen dieses Video bei YouTube finden können. Vielen, vielen Dank. Und jetzt geht's los mit den aktuellen Krypto-News. Signal Nummer 1 ist der Bullenwimpel. Bullenwimpel sind bullische Fortsetzungsmuster, die sich bilden, wenn sich der Preis nach einer starken Aufwärtsbewegung in einem dreieckigen Bereich konsolidiert. Mit anderen Worten, sie lösen sich auf, nachdem der Preis in Richtung seines vorherigen Aufwärtstrends ausgebrochen ist. Auf dem Tagesschart tendiert XRP seit Ende September innerhalb einer ähnlichen Struktur. Dabei hat der Token auch zweimal versucht, über diesen Wimpel hinauszubrechen, allerdings bisher ohne Erfolg. Es sieht nun nach einem weiteren Ausbruch in den kommenden Tagen aus. Theoretisch erhöht ein Bullenwimpel den Preis um so viel wie die Größe des vorherigen Aufwärtstrends. Darum kann der Bullenwimpel von XRP den Preis in Q4-22 in Richtung 63 US-Dollar treiben. Das würde eine Kursrallye von 35% bedeuten. Signal Nummer 2 ist die starke Akkumulation. Das bullische technische Setup von Ripple enthält weitere Hinweise aus Onchain-Daten, die zeigen, dass die Akkumulation im Gange ist. Besonders das mittlere Münzalter von XRP, das Durchschnittsalter aller Token auf der Blockchain gemessen am Kaufpreis, ist laut Daten von Sentiment seit September gestiegen. Die Metrik deutet theoretisch zumindest darauf hin, dass XRP-Benutzer die Token zunehmend halten. Darüber hinaus erkannte der Datentracker Whale Alert XRP-Auszahlungen im Wert von Millionen von Dollar über Bitstamp, Bitso und andere Kryptobörsen, wodurch das Angebot, das potenziell verkauft werden kann, reduziert wurde. Bemerkenswert ist, dass Investoren seit dem 14. Oktober XRP im Wert von insgesamt 126 Millionen US-Dollar von Börsen auf unbekannte Wallets verschoben haben. Im Vergleich dazu wurden XRP im Wert von 78,99 Millionen US-Dollar in die Börsen eingezahlt. Signal Nummer 3. Der Rechtsstreit mit der SEC. Die Wurzel aller Bullishness für XRP in den letzten Monaten ist das große Potenzial von Ripple gegen die SEC zu gewinnen. Eines der Kernargumente von Ripple ist hier die Rede des ehemaligen SEC-Direktors William Hinman auf dem Yahoo Finance All Market Summit im Jahr 2018. Hinman sagte dort, Ethereum sei kein Wertpapier, obwohl es eine ICO-Runde durchführte, um Geld zu sammeln. Rippets Verteidigung ist hier, dass die SEC XRP wie Ether behandeln sollte und viele glauben, dass das Argument einen Gewinn für das Unternehmen garantieren wird. Zum Beispiel sagte Seeking Alpha, die weltgrößte Investment Community, in einem Artikel des New Digital Trend. Die Nachricht, dass das Gericht den Einspruch der SEC gegen die Offenlegung weiterer Dokumente im Zusammenhang mit Himmans Rede von 2018 abgelehnt hat, führte am 30. September zu einem Anstieg des XRP-Preises. XRP erholte sich um 12% in 24 Stunden. Diese Kundgebungen nach der Anhörung konnten nur ein Vorgeschmack auf das sein, was kommen wird, wenn XRP den Fall tatsächlich gewinnt. Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, geht davon aus, dass der Fall in der ersten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen sein wird. Er räumte jedoch ein, dass die Ergebnisse des Falles in Wirklichkeit ziemlich schwer vorherzusagen sind. Signal Nummer 4. Ripple startet seine Tests der XRP Ledger Sidechain, die mit Ethereum Smart Contracts kompatibel ist. Das ist der erste Schritt in einem dreiteiligen Prozess zur Einführung einer EVM-kompatiblen Sidechain in das XRP Ledger Mainnet. Ripple testet zur Zeit eine Möglichkeit für Entwickler, intelligente Verträge für das größere und beliebtere Ethereum auf seiner XRP Ledger Blockchain mit wenig Aufwand bereitzustellen. Die Ethereum Virtual Machine, die sogenannte EVM, ist die Software, die Smart Contracts auf Ethereum ausführt. Ripple sagte, dass eine EVM-kompatible Sidechain, also eine Blockchain, die parallel zur Haupt-XRPL-Blockchain läuft, jetzt im Definite des Unternehmens live ist, wo Entwickler Implementierungen testen können, bevor sie tatsächlich im Hauptnetzwerk live gehen. Ripple und XRPL werden potenziell davon profitieren, da die Arbeit, die Entwickler bereits jetzt in den Aufbau von Ethereum Smart Contracts gesteckt haben, in völlig separaten Ripple-Ökosystemen genutzt werden könnten. Die Ankündigung vom letzten Montag ist nur der erste Schritt eines dreiteiligen Prozesses. Die zweite Phase soll dann Anfang 2023 live gehen, wenn die EVM-Sidechain tatsächlich loslegt, was bedeutet, dass jeder ihr beitreten kann. Die dritte Phase ist dann für Q2 geplant, wenn Ripple die Software vollständig einsetzen wird. Unser Ziel im Jahr 2023 ist es, eine EVM-Sidechain mit dem XRPL-Mainnet zu verbinden, sagte David Schwartz, Chief Technology Officer von Ripple gegenüber Coindesk. Die Brücke in der endgültigen Lösung wird dezentralisiert sein und alle Komponenten der Lösung werden produktionsbereit sein, um reale Skala und Anwendungsfälle zu bewältigen. Die EVM-kompatible Sidechain soll Anfang 2023, also die zweite Phase, durchlaufen. Damit wird die Chain genehmigungsfrei und die Skalierbarkeit soll sich dadurch verbessern. Ripple-Nutzer können zukünftig nach dem Start einer Testphase von Ripples neuer XRP Ledger Sidechain mit Ethereum-kompatiblen dezentralen Anwendungen, den sogenannten D-Apps, interagieren. In einem Tweet wurde die Einführung einer Sidechain von der Blockchain-Entwicklungsfirma Persist Technologies bekannt gegeben. Es wurde dabei auch erwähnt, dass diese neue Sidechain Ethereum Virtual Machine kompatibel ist. Das bedeutet wiederum, dass Ripple-Nutzer schließlich Zugriff auf dezentrale Anwendungen wie Uniswap und Web3-Wallets wie MetaMask und die XUMM-Wallet haben könnten. Auch das würde das Potenzial erneut steigern. Diese neue Sidechain kommt auch mit einer Cross-Chain-Bridge daher, die entwickelt wurde, um XRP und andere Assets zwischen der EVM-unterstützten Sidechain und dem XRP-Ledger-Devnet zu übertragen. Laut Mayuka Vadari, Software-Ingenieurin von RippleX, heißt die Veröffentlichung, dass Entwickler nicht mehr zwischen XRPL- oder EVM-kompatiblen Blockchains wählen müssen. Entwicklern wird es auch möglich sein, auf die schnellen, kostengünstigen Transaktionen von XRPL zuzugreifen und Solidity-basierte Smart Contracts auf XRPL zu bringen. Die kompatible Sidechain wurde vom Tender-Mint-Portokoll entwickelt und zielt darauf ab, 1000 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten. Vadari merkte an, dass die erste Phase der Sidechain jetzt zum Testen auf dem XRPL-Devnet verfügbar ist. Phase 2, wie schon erwähnt, wird die EVM-kompatible Sidechain in eine Permissionless-Chain mit verbesserter Skalierbarkeit führen. Für den Ripple-Kurs sieht das Ganze durchaus positiv aus. Zurzeit liegt der Preis bei ungefähr 0,47 US-Dollar und ist allein in diesem Monat bereits um 23,86% gestiegen. Also rosige Zeiten für Ripple. Hast du selbst XRP in deiner Wallet und in deinem Portfolio? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Schreib mir gerne rein, welches deine Lieblings-Kryptos sind und ob du glaubst, dass XRP durch die Decke gehen wird. Und wenn du von echten Experten lernen möchtest und immer die besten Investmentstrategien wissen willst und mit Krypto finanziell frei werden möchtest, dann mach doch auch einfach mit in der Community und werde Mitglied in der Krypto-Akademie. Klick einfach auf den obersten Link in der Videobeschreibung. Viele weitere wichtige Neuigkeiten rund um die Kryptowelt habe ich dir links im Video verlinkt. Klick also auch gerne dort drauf, egal wohin du klickst. Ich freue mich, wenn wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen.